So, jetzt sehen wir gleich den, äh, die, den, die Dialogauswahl nochmal, weil ich hatte da einen kleinen Fehler in der Aufnahme. Nichts Verrücktes aber. Tja, jetzt wird's verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Mhm. Terra Incognita. Gut. Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Okay, dann doch kein Dialogauswahl. Bildschirm, oder? Muss ich mal kurz schauen. Diese Bauwerke, die wir beim Anflug gesehen haben. Hm, nein. Gut. Okay, schade. Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. So, schauen wir mal hier. Haben wir hier irgendwas Tolles? Nö. Hier ist nix. Da ist unsere Komm-Einhalt. Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das ist ja wohl auch... Das erklärt, warum wir unsere Schelmverbindung verloren haben. Ja. Das ist ja wohl auch... ...gerechtfertigt, dass so ein Bauteil auch mal kaputt gehen darf. Nach einem Absturz. Hm. Äh, ja. Was ist die Pilze? Boah. Oh, kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour herausgefunden. Verstanden. Ja. Oh ja. War nicht so angenehm. So, hier irgendwas Tolles? Nö. Also, die Grafik ist schon geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja, sie ist eben eine krasse Wolke. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Ja, eine krasse Wolke habe ich nach Chili-Konkana auch. So, ähm, ja. Wo müssen wir lang? Da. Was ist denn hier? Ist hier auch was? Plumps. Äh. Hups. Oh. Das ist doch cool. Wow. Boah. Schon geil. Mist. So. Schauen wir mal weiter. Oder wachsen diese Pilze? Was? 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 Ich hab grad was gesehen. Achso. Ach, Steuerung muss klettern. Was? Bild hochklettern? Tatsächlich. Ich fasse es ja nicht, den Pilz kann man hochklettern. Doch, ich hab ein Bild. Was zum Schäuble ist das? Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Ähm. Das ist doch verrückt. Ja, ja. Willkommen auf Habitat 7. Herzlichen Glückwunsch. Mächtig Gold in der Planeten. Ist sie in Bewegung? Ah. Verdammt. Shit, das hat wehgetan. Ja. Achtung. Sieht aus, als wäre es da drunter sicherer. Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Sie versucht uns umzubringen. Boah. Tja, versuchen kann sie's. Die leuchten so schön. Was ist das? Äh, das ist nix. Gut. Wo ist denn, wo ist denn? Ach, da. Liam. Liam, niesen Gesundheit. Was ist mit Ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch. Nenn ich im Malm. Sehen Sie sich das an. Da oben fliegt irgendwas. Oh, wow. Hier leben Drachen. Cora wird es lieben. Hahaha. Cool. Mal gucken. Ah, okay. Okay. Ich würde sagen, sie funktioniert. Würde ich auch so sagen. Oh, Waffe hält. Halt dann. Gut. Diese Tentakeln, die hier überall aus dem Boden rausgucken, finde ich schon ein bisschen eklig. Aber, nun gut. Wer weiß, wie es tatsächlich auf anderen Planeten aussieht, wo Leben existieren könnte. So, ist hier was drin? Ist hier jetzt was drin? Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Mhm. Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Hm. Naja. In einem Betracht der Blitze wohl nicht. Aber, wer weiß, wo finde ich das. Wendbare Ressourcen. Ja. Wie? Wie? Ich weiß jetzt nur Energie. Das war wohl nur Energie, oder? Nee. Tja. Wie kann ich die? Oder kann ich die noch nicht verwenden? Ah, jetzt. Gut. Jetzt haben wir es aufgesammelt. Das war jetzt aber ein bisschen behäbig. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los! Ich glaube, ich würde lieber abstürzen, als vom Blitz getroffen zu werden. Hm. Nur Geduld. Vielleicht passiert uns ja beides. Mit etwas Glück, vielleicht. Wir können beim Dunkeln leuchten. So. Noch mehr leuchtende Pilze. Ja. Machen die diese Geräusche? Nein. Die kommen aus dem Inneren des Berges. Was ist das denn? Oh, wie war das mal im Scanner? So. Scanner. Ich orte eine große Menge Energie. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber sie ist stark. Kann man das auch scannen? Keine relevanten Daten. Hm. Ach ja, stimmt ja. Also diese kurze Aufnahmepause über das Wochenende war schon nicht so optimal. So. Haben wir noch irgendwo diese Drachen irgendwo? Hören du ich sie? Ich sehe es aber momentan nicht. Doch da. Da, 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 da. Das war jetzt. Das war jetzt weg. Ähm. Nein. Nicht drauf schießen. Oh, wir quatschen die die ganze Zeit. Ich erzähle ihnen die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Danke. Das wird knapp. Da soll ich rüber? Alter. Okay. Dann mal los. Okay. Na los. Wir kriegen das hin. Das wäre doch gar nicht so schwer. Alter, mit den Jetpacks. Das macht voll Spaß. Hm. Boah. Alter. Alter. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Machen Sie mal Platz. Entschuldigung. Danke. Was? Zum Teufel ist das. Boah. Das erinnert mich irgendwie an Half-Life. Keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Sie klingen wie ihr alter Herr. Er hatte recht. Er hatte recht. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. Ryder. Das ist Fischer. Warten Sie. Dort. Was sagt das Erstkontakt-Protokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. So was schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Hm. Also da die ja bewaffnet sind, werden die mit Sicherheit auch auf uns schießen, schätze ich mal. Ich würde mit dem Schlimmsten rechnen, aber es ist unser erster Einsatz. Von daher würde ich sagen, wir befolgen erst mal das Protokoll. Auch wenn es dafür ganz schön einen auf die Mütze geben wird. Bleiben Sie ruhig. Versuchen wir einen guten ersten Eindruck zu machen. Ja. Und wenn es nicht klappt, hat Fischer eine Kugel im Kopf. Ja. Ganz ruhig. Wir greifen nur zur Waffe, wenn es sein muss. Glaub nicht, dass Sie uns enttickt haben. Feuer bereit! Geben Sie einfach dem Defehl. Ich verstehe nicht. Geben Sie uns unseren Mann, sonst wird es hässlich. Was macht der andere? Scheiße, Sie schlagen ihn. Scheiße, Sie meinen es ernst. Wie kann ich mich ducken? Gott sei Dank, war es nur zwei. Das war's. Alles okay, Fischer? So viel zum Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben. Wir wollten reden, aber Sie wollten nicht zuhören. Was blieb uns übrig? Jo. Sie haben mein Leben gerettet. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was Sie wollten. So wie Sie sie behandelt haben? Blutproben, würde ich sagen. Ja, das stimmt hier allerdings, wir sind hier die Aliens. Aber, ja, ich würde gerade gerne beides antworten. Na wohl, wir sind ja hier die Aliens. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, Ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tod. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, bald, bald! Geht's? Ah, ich glaube es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja, finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Zu Befehl. Oh, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Stimmen wir mal. Ich habe hier keinen Kontakt zu CERN. Aber ich versuche mal, daraus schlau zu werden. Sie sind DNA-basiert. Und Ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Äh, ja. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Ich kann daraus leider nicht viel erkennen, aber... Schau, auf dem anderen Team geht's gut. Wir finden es schon. Er wird schon wissen, was er tut. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig Auskunft schaffen. Oh, ist denn da, toll. Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn! Objekt aufheben. SG, Schaft 1. Schaft 1. Schaft 1. Achso, ein Schaft. Verteilt den Rückstoß über ein System von Gegengewichten und ist mit kinetischen Spulengeneratoren kompatibel. Verringert beim Feuern den Gesamtrückstoß der Waffe. Klingt sehr gut. Ähm, zerlegen? Wieso zerlegen? Äh, das nehmen wir erstmal mit. Es sah aus, als wüssten sie mit einer Waffe umzugehen. Ich war eine Weile bei den Friedenstruppen der Allianz. Schildkonsensatoren, Brandmunitionen, alles sehr cool. Erhöht die maximale Schildleistung und regeneriert die derzeitigen Schilder auf das Maximum. Der Boost hält an, bis die Schilder erschöpft sind. Hm, das ist also nur ein Boost. Brandmunitionen, Schüsse verbrennen Gegner und verursachen hohen Bonusschaden gegen Panzerungen. Gilt für die nächsten drei Magazine der derzeit ausgerüsteten Waffe. Das klingt gut. Oh. Mal den. Ähm, wo ist das erste Objekt? Hm. Mal den auch. Verbrauchst du Objekte ersetzen? Nein. So. Optional der Shuttle Wrack nach Vorräten gesuchen, damit wir das Passwander zu finden. Gut. Können wir noch irgendwas finden? Das wäre schon ganz toll irgendwie. Moment, ich wollte eigentlich... Ich denke, ich wollte nicht mehr viel Missionswirkung gucken. Alter. Ja, und hier wollen die leben. Hören Sie das? Da wäre ich mal. Ist das Kirkland? Ist das Kirkland? Bitte, ich ergebe mich. Kirkland. Ich sage dir, ich ergebe mich. Sie haben ihn erschossen. Wenn Sie einen kampf... Einer ist da noch. Das war der letzte. Ich fass es nicht, dass das hier wirklich passiert. Ach, Mann. Das haben wir dann auch noch verloren. Scheiße. Verfingst. Entschuldigung. Ach, Mann. Hätten wir ihn überhaupt retten können? Ich glaube nicht. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Ja, wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Tja. Und somit haben wir Krieg. Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Gree ist noch am Leben. Krieg. Trotzdem sehen Sie sich nur diese Architektur an. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Wo ist hier? Daten den R-basierten Organismus. 100% menschlich. So hier unten. Ich wollte es da oben eigentlich scannen. Hallo? Hm. Was ist denn das? Oh, da kann man rein, ne? So was habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es mindestens drei oder vierhundert Jahre alt. Nicht klassisch. Die Fälle sind ohne Kunstmaterial. Die Eichen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Unsere Langstrecken-Scans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude. Dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Hm. Dann ist es kein Wunder. Was ist das? Ich muss das kennen. Keine relevanten Daten. Ach, das. Okay. Das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich zwei Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Ja. Das ist wirklich unheimlich, aber... Ja, was soll man machen? Zwei Prozent unbekanntes Material, zehn Prozent Szenen, 37 Prozent unbekanntes Material, also unbekannt. Status, Illumination registriert. Ja. Na gut. So. Können wir noch irgendwas scannen oder irgendwas finden? Das wäre schon ganz toll, aber... Ich glaube, ich hätte vorher gerade erst mal die Kiste noch muten sollen, oder? Wie war das so? Ich habe gerade im Augenwinkel noch gesehen. Verschlussgehäuse 1. Ein Kondensator verbessert die kinetischen Spulengeneratoren und erhöht dadurch die Durchschlagskraft durch feste Objekte. 50 Prozent Präsitionsgewehr Durchschlagsschaden plus ein Präsitionsgewehr Kugeldurchschlagskraft. Durchschlagsschaden plus ein Präsitionsgewehr Kugeldurchsdistanz. Nehmen wir mal mit. Tja. Und der wird hier sehr einfach zurückgelassen. Auch schon heftig. Scheiße, haben Sie das gehört? Nein, natürlich. Ich kann nicht hören. Ja, leider. Guckt man da vielleicht rein? Mal klopfen. Okay. Und? Gut. Hm. Oh Mann, ich will da rein. Oh. Vielleicht kommen wir später noch da rein. Vorsicht! Zappel, zappel. Boah. Da, passen Sie auf! Was ist das für ein Ding? Ich glaube... Boah. Okay. Es ist vollständig organisch. Ich sehe keinerlei Anzeichen für irgendeine Technologie. Wow. So, dann ist die Tarnung also biologisch? Ja, erstaunlich. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben! Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Mhm. Sehr schön. Was denken Sie, ist da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einem qualvollen Tod zu sterben? Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Will ich denn da rüber? Noch nicht. Ich will da nicht. Oh, ich will nicht. Ich muss. Kommt dieses Geräusch von unten? Äh, Alien-Götter der Unterwelt? Ha, sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Ha, diese Ausmaße. Wer hat das alles gebaut? Alien-Götter. Hier können wir rüber. Alien-Götter. Mist. Wandlung, sie verlassen, das Missionsgebiet. Ach. Ach nee. So. Oho. Da sind Gegner. Will ich nicht erst mal lieber da rüber? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, ich gehe erst mal da rüber, oder? Wir gehen erst mal da rüber. Oh. Was soll das denn wieder? Mann, no. Oh. Wir ziehen das wirklich durch, oder? Ich will wissen, was da unten ist. Richtig. Sie sind ja unser Aufklärungsexperte. Sehr gut. Da hat man hier eigentlich kein Licht. Da ist die Höhle. Da ist noch eine Höhle. Wir gehen erst mal da rein. Wahrscheinlich füllt die hinten zusammen, oder kommt auf die Lichtung, oder schon. Mal gucken. Toll. Natürlich haben sie uns gesehen, wenn du auch da raussteckst. Die haben es nicht so mit Reben, was? Achtung. Sie setzen diese Tiere ein. Vorsicht. Sie tarnen sich. Das ist für Kirkland. Alles klar bei Ihnen? Ja, ja. Bei mir ist alles gut. Noch mal noch? Haha. Nee. Danke. Und wie kann der Reben-Transport-Container? Das ist Nahrung, denke ich. Von hier kann sie nicht stammen. Auf diesem Planeten wächst überhaupt nichts. Also schaffen sie sie vermutlich von einer anderen Welt hierher. Das heißt, es gibt in diesem Cluster noch mehr von denen? Ätzende Vorstellung. Aber sehr wahrscheinlich. So. Was sind da eigentlich schon wieder? Unbekannte Technologie. Natürlich. Weil das Sam offline ist das gerade. Das ist gerade ein bisschen störend. Aber verständlich. Aber störend. Oh, was ist denn das? Und? Unbekannt? Oder? Nee. Keine nach der Wand in Daten. Hm. Ich meine, ich habe den Trailer ja gesehen. Und daher weiß ich ja, dass wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger und öfter mit denen zu tun haben werden. Aber mit diesen, mit diesen, äh, naja, dem kleinen Schweintinnen. Ich weiß ja nicht. Deren, deren Haustiere irgendwie. Deren, paar Hunde. Hm. Hm. Funktion unbekannt. Funktion unbekannt. Na ja. Ich glaube vielleicht, wenn Sam wieder online ist. Oh. Also. Es stammt definitiv nicht aus der Milchstraße. Dann ist es eins von deren Schiffen. Glauben Sie, der Sturm hat es erwischt? Möglich. Wenigstens ist das Wetter nicht parteiisch. Immerhin. Angesichts der Tatsache, dass es Ihr Planet ist, hätte ich erwartet, dass Sie mit den Stürmen zurechtkommen. Hm. So, war hier noch was? Nee, na. Wir könnten zwar vielleicht zurückgehen, aber... Ah, ich, ich weiß nicht. Oder kommen wir hier auch nach unten? Jetzt gehen wir mal kurz hier lang. Aber hier könnten wir vielleicht wieder... Vielleicht wieder... Oh. Sehen Sie sich das an? Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die mein Vater erwartet hatte. Hm. Dann waren die Langstreckenscans korrekt? Das hier hätte eine Heimat für uns sein können? Ja, vor 600 Jahren. Aber dann... Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutationen. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja. Aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Gestrüpp. Polypluide Lebensformen. Chloroplast registriert. Photosynthese registriert. Sonstiges. Hohe Varianz von Zellmutationen registriert. Unbekannter Typ. Analyse. Sam ist immer noch offline. Gut. Ho, 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 ho. Unbekannte Lebensformen. Gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem, Ned. Oder sie sind am Verhungern. Das könnte sein. Ich bin am Verhunger. Vielen Dank.